Ja, danke auch für den Hinweis zur Nachtwächterführung. Wir hatten ja seinerzeit nicht nur in Biblis die Nachtwächterführung gemacht, sondern dann auch in Nordheim. Beziehungsweise in Nordheim hat man da schon früher begonnen, im Jahr 2012. Schon damals hat Pfarrer Anna Polzer drüben am Alte Pfarrhaus den Anfang gemacht und dann sind wir hier ans Rathaus gezogen, kurz Dinges, und sind dann die verschiedenen Stationen in Nordheim durchgegangen. Hier nochmal ein paar Impressionen von Führungen, die wir draußen in der Burg Stein gemacht haben. Ja, so sah das damals aus. Also auch ein Rundgang, so ähnlich wie in Biblis, an die markante Punkte hier in Nordheim mit verteilte Rolle. Und der unvergessene Rudi da hat dann der Abschluss gemacht in der Simultankirche. Danke.